Hallöchen und willkommen zurück, Freunde, zu Nightmares from the Deep, das verfluchte Herz. Und ja, es geht weiter. Unsere Tochter Corrie ist wieder mal vom bösen Käpt'n Remington weiterhin aus seiner Inseln versteckt worden. Und jetzt können wir einfach auch mal nachschauen, was Sache ist. Wir haben jetzt eine Piratenkette hier. Wir müssen jetzt hier... Was sag ich eigentlich immer? Müssen. Wir wollen. Ich will hier dieses Netz lösen. Das ist immer so das Doof, wenn man sagt, man muss. Das ist furchtbar. Wir haben hier irgendwo ein Messer. Ich kann hier einfach nicht mit bloßen Händen schälen. Ja, dann sag mir mal, wo hier ein Messer ist, was ich nutzen kann, Sabra. Notenschlüssel. Okay, geschehter Apfel. Notenschlüssel. Drei Tarotkarten. Eine. Zwei. Und drei. Kiefernzapfen. Den habe ich auch gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Schrumpfkopf. Nadelkissen. Nadelkissen. Hier. Chilischoten. Ist eigentlich eine Mehrzahl, aber egal. Glocke zweimal. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Waldnüsse. Ich sehe schon, dass wir Visionen noch machen müssen. Aber seht ihr, haben wir ja schon. Mörser. Vision. Sicheln. Ah, das ist ein Stück der kleinen Statuette. Wir haben Leuchtturm wahr. Ich bin sicher, ich habe ähnliche, eine ähnliche Stelle zuvor schon gesehen. Ja, die hängt ja auch per Zufall. Haben wir noch eine Tuplone. Und wisst ihr was, Freunde? Diese zwei Tuplonen, die setzen wir auch sofort ein. Dass der kleine Mann wieder was zu erzählen hat, hier. Oh, das ist ja. Für Winmary's heart, Remington revealed the truth of his origin. Turns out, Remington was a poor nobleman who signed a pact with the infernal Davy Jones. Für den Preis of his soul, Davy made Remington immortal. Die All-Powerful Remington hat mit den Karriben-Piraten gewonnen, und hat eine großartige Crew gewonnen. Und jetzt, dank der Mary, der Kapitän hat die Karriere endet. Die Karriere endet, die Karriere endet, hat die Karriere endet. Die Karriere endet, die Karriere endet, um ihre Wöse zu sehen. Auf der Ferne, eine Militärkarte hat die Strecke mit der Karriere endet, Okay, drei Münzen brauchen wir noch, Freunde. Das heißt, wir sind fast im Finale, glaube ich. Und keine Sorge, es gibt ja noch ein Bonus-Kapitel. Also, keine Panik auf die Titanic. Okay, einmal zur Kruft und einmal zu den Katakomben müssen wir. Ja, und dann haben wir schon wieder eine Münze. Das heißt, wir können nochmal zurück zum Schiff, weil die möchte ich sofort loswerden. Das heißt, wir müssen jetzt loswerden. So, jetzt fehlen bloß noch zwei Münzen, Freunde. Wir müssen ja da rauf. Ähm, Karte nochmal angucken. Versteck, ah ja, da ins Versteck. Und darunter. Weil wir haben ja jetzt den Schlüssel. Okay, was haben wir hier? Ein Stück vom Gemälde. Und da müssen wir, aber wir müssen wahrscheinlich erst einen Plan finden, oder? Wenn ich doch nur eine Vorlage hätte. Ja, das dachte ich mir schon. In diesem Podest muss etwas gelegen haben. Ob diese Form von Jones verzauberten Halskette hatte. Eine Krabbe, eine große, was? Eine Krabbe, ein großer Krebs. Die Türen befinden sich unter Wasser. Wie kann ich sie ablaufen lassen? Müsst wir irgendwie rausfinden. Wir haben bestimmt jetzt irgendwo ein Wimmelbild getriggert. Wahrscheinlich in der Kruft. Oder nur wegen dem Gemäldestück wahrscheinlich. Schade, ich hätte gedacht, wir haben noch ein Wimmelbild hier getriggert. Remington's mad. I couldn't stop him as he took my remains from my grave. He's planning to bring me back, but we'll never recover the time we lost. The doors to the Underground Bay are sealed with a pattern. I wore this pattern all my life. Ja, schön alles aufzeichnen. Und jetzt wieder zurück. Da hoch. Schade, dass es halt hier im ersten Teil keine Schnellreise gab. Das ist mega schade. So, dann schauen wir mal, was wir das zusammen kriegen. Na, ich glaube, da fehlt was. Ja, das wäre fast richtig. Das, glaube ich, ist richtig. Muss man halt gucken, dann muss man halt Sachen beiseite schieben, damit man auch was zieht. Das wäre schon mal richtig. Das hier auch. Und ich glaube, das ist hier. Aber doch richtig, jawohl. Und das kann man dann hier einsetzen. Dann gehen wir hier rein. Ich muss sagen, ich muss sagen, Sie haben nicht leichter geflogen. Ich bin so nah, zu bringen meine Liebe zurück zu Leben, und ich habe keine Zeit, für Sie mit Ihnen jetzt. Du wirst du sagen, dass sie nicht wollen, dass sie zurückkehren wird? Das ist schrecklich. Das ist die einzige Art, dass wir zusammen sein können, nach all diesen Jahren. Wenn du denkst, dass du so smart bist, bringst du mir proof, dass mein Lieber nicht zurückkehren will. Du musst sie sie zum Gehirn holen. Okay. Brauchen wir halt nur das letzte Gemäldestück ab. Das ist wahrscheinlich bei der Grabe hier ist, bei der großen. Geflicktes Kleid. Ich habe das gehört, dass wir das zusammen. Geflicktes Kalt, die ist hier irgendwo Nadel und Faden. Ja, das gehört bei dem hier hin. Ich brauche hier nur halt Nadel und Faden, dass ich das reparieren kann. Ah, da hat es geklitzert. Geflicktes Kleid. Goldener Teller. Admiral Büste. Heiliger Kral. Porträtstück. Heißkette. Bandage. Schwäne. Bruder. Fassan. Hohren. Das wahrscheinlich. Und ein Kind. Wahrscheinlich das hier. Da habe ich auch was gesehen. Meyer Kalender. Lederhund. Spitzhacke. Kompass. Ja, wahrscheinlich das hier. Fragt mich nicht, warum die Wibbebildentwickler immer denken, dass ein Zirkel ein Kompass ist. Eine Schatulle. Eine Muschmuschmusch für einen Lucia. Das ist eine Triangel. Ja, da habe ich den Rahmen gefunden, aber was ist nicht... Irgendes Gewicht auch? Was ist eine Triangel? Ich kriege die anderen zusammen, aber das wiederum nicht. Triangel. Ah, das Winkelmesser. Ein anderer Name. Noch eine Duplone. Gruft ist wahrscheinlich auch nochmal ein Wibbebild. Ja, da müssen wir das Gemälde zusammenfügen. Die Wibbe. Jetzt bin ich wieder. Liebe ist eterl. Aber die Menschen sind so fragiles. Ich muss mit Henry sprechen, bevor er ein Fehler macht. Ich nehme mich an meinen Kapitän. Ich brauche trotzdem noch eine Duplone. wiederhärtigen. Als sch anticipating, findet er sie flöch하죠... Die Kirche war nun ein süßes und süßes Ort. Erinnerungen von glücklichen Zeiten kamen zu Mary, als sie angefangen hat, um die familiaren Gründe zu gehen. Mary benutzt die Geld, die sie um eine Krippe zu bauen, für sie und ihren Kapitän, wenn ihr Körper niemals gefunden wurde. Nach dem Zeitpunkt, die leidige Mary sterbte. According zu ihren Willen, wurde sie in der neuen Krippe gegründet. Müssten wir auf jeden Fall noch eine haben, eine finden. Ich hoffe wir kriegen die noch. Ich will nicht, meine Lieferung zu werden. Es ist Zeit, dass du mit mir zusammengehst. Bleib, bitte! Ich war so blind und selbst. Nach allem, diese Zeit. Sie ist immer nur einmal, dass ich auf diese krügel und schreckliche Leben verweigte. Sie wollte einen ordentlichen Mann, nicht einen legendärer Kriminell. Im Gegensatz zu ihr, sollte ich sie in der Nachwuchszeit sein. Vielleicht ist sie da für mich. Ja, die Perle... Ah, da glitzert noch Gott sei Dank was. Ich glaube aber nicht, dass wir hier die Duplone kriegen. Das ist doch kein Ritter. Hm... Bernsteinkästchen. Goldbahn, drei Stück. Eins... Zwei... Drei... Ein Geldbeutel. Guck mal denn hier ein Geldbeutel. Bin ich blind? Ich sag das zu gerne, will wir mit spielen, ob ich blind bin oder nicht, wa? Mal ganz ehrlich, wo ist denn der verträumte Goldbeutel? Da ist er. Und Goldmaske ist hier, keine Sorge. Dann Armband... Armband... Die kann jetzt nicht gemeint, okay. Fällt noch der durch. Wo ist der durch? Da. Na ja, jetzt kommt das bescheidene Rätsel. Diese Runden müssen in einer logischen Reihenfolge geordnet sein. Mal sehen, ob ich die richtige Reihenfolge herausfinde. Ja, wenn das hier eins ist hier, müsste das hier drei sein. Dann ist das hier zwei... Oder es muss so sein. Und das ist dann die richtige Reihenfolge für alle anderen hier. Vermute ich mal. Ich vermute es mal auf jeden Fall. Okay, man muss ein bisschen hier nach... nach dem hier auch gehen, glaube ich. Aber was es mit den Schwertern aus sich hat, habe ich, glaube ich, gar keinen so großen Schimmer. Also, ich glaube, ich habe es gar nicht mal richtig. Ich meine, ich kann mir auch mal die Anleitung anschauen dazu. Und ich glaube, es wird mir auch nicht wieder helfen, wie beim letzten Mal. Seht ihr, die sind alle hier durcheinander. Was... Ganz ehrlich... Was ist das für eine bescheidene Anleitung? Geht zurück. Lösen wir das, wenn wir nähern, sich zur gegenseitigen Liste und erhält ihr die Urne. Geht zurück in den Katakom, untersucht die Urne rechts in der Mauer R. Setze die Urne und leere Vertiefungen erst, um die Minispiel zu aktivieren. Also, ich will ja nicht meckern oder so, ja? Das liegt mir vollkommen fern. Vielleicht habe ich sogar das falsch gelesen. Kann natürlich auch sein. Okay, das hat nur gefehlt. Ach, come on. Ich wundere, wenn ab und zu mal der Ton weggeht, dann habe ich den Screenshot weggemacht, den ich gerade gemacht habe. Und da haben wir die letzte Urne, äh, die letzte Urne, die letzte Doblone. Bei mir ist das immer so, ich mecke erst und dann gelingt mir irgendetwas. Das ist halt typisch. Also nicht so ernst nehmen, ja? Und da das, wieso das Finale ist von der Hauptstory, dann, ihr wisst schon. Im Moment, als die Jahre lang passen, der Immortal Kaptein Remington lay auf dem Boden. Broken hearted, stripped von seinen Weaponen. Und auf die Schäcke und Korlen. Die einzige Person, die ihn glücklich war, war tot. Also was ich sagen wollte, ähm, weißt du, dass schon das Finale ist, schon jetzt schon das Finale ist, mache ich jetzt nicht Schluss. Ich mache das jetzt bis zum Ende hier, dann habt ihr eine längere Folge. Na lecker, das ist ein Herz. Okay, dann müssen wir ihm sein Herz wieder geben. Wie David Jones, oder? Bei Fluch der Karibik, der hatte auch sein Herz hin zu der Truhe rein. Ich versuche mich jetzt auch zu beeilen, dass ich da hinkomme. Okay. 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 Du bist richtig, danke. Mein Lieber, bist du okay? Mom, du hast mich saved! Ich werde immer wieder. Und das, meine Freunde, war Grauen Assertive 1, das verwunschen jetzt die Sammleredition. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Natürlich gibt es auch ein Bonus-Kapitel, wie gesagt. Aber die Hauptstory haben wir jetzt hinter uns. Gehen wir auf Hauptmenü. Haben wir hier ein Bonus-Kapitel überhaupt? Eigentlich ja, oder? Wann ich jetzt auf Extras gehe, haben wir da ein Bonusabenteuer? Ja, hier ein Bonusabenteuer. So, und dann gehen wir auch ins Bonusabenteuer. Mit meiner Daughter safe at last, konnte ich endlich relaxen. Ich schaffte, oder eher schaffte, Captain Henry Remington und sein Lieber. Aber wir waren immer noch auf einer verlassenen Karibäne. Mit nur einer skelettlichen Crew, die uns auf dem Ghost-Ship erwartet. Und dann kam die Bottle. Ja, meine Freunde. Aber wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht, dann schaltet in die nächste Folge rein, bzw. ins Bonus-Kapitel rein mit mir zu Nightmares Frunde Dieb 1, das verfluchte Herz. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.